Moin liebe Leute, willkommen bei Fersengold TV. Liebe Grüße vom Werdersee in Bremen, es ist schweinekalt. Passend zur Jahreszeit haben wir jetzt das Video Punta Cana für euch. Das ist ein kleines Andenken an unsere gemeinsame Zeit mit vielen Freunden vom MPS in der Dominikanischen Republik. Das war eine sehr schöne Zeit und aus diesem Grund haben wir dieses Video für euch gemacht. Und ich hoffe, es gefällt euch und viel Spaß beim Schauen. Den Santo Libre in der Hand, die Wampe voller Sonnenbrand. Und in der Krimme noch von gestern, drei, vier Kilo Meeressand. So sitzen wir die Tage lang, von Sonnenauf bis Untergang. Hier in der Runde der Bekloppten bei Zigarren und Gesang. Oh Punta Cana, Drink and Fly. Einmal können wir alles sagen, wir waren alle mit dabei. Oh Punta Cana, Ei, ei, ei. Heute trinken wir wie Gießbär, also trinken wir für drei. Volle Fahrt auch unter Segel, halten wir gekannt den Pegel. Auf der Türkisblauen See, ohne Last und ohne Wege, machen wir die Gläser leer, treiben hin und treiben her. Und die Puschi und der Micha machen Liebe hier im Meer. Oh Punta Cana, Drink and Fly. Einmal können wir alle sagen, wir waren alle mit dabei. Oh Punta Cana, Ei, ei, ei. Heute trinken wir wie Gießbär, also trinken wir für drei. Wir wussten nicht, was alle so heißt, bis wir mit euch verrückten, hier zusammen und vereint im Paradies gefeiert haben. Drum sag ich auf das Fest, auf das karibische MPS. Oh Punta Cana, Drink and Fly. Einmal können wir alle sagen, wir waren alle mit dabei. Oh Punta Cana, Ei, ei, ei. Heute trinken wir wie Gießbär, also trinken wir für drei. Oh Punta Cana, Ei, ei, ei. So, ich hoffe es hat euch gefallen. Nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr müsst ihr wieder einschalten, denn da haben wir nämlich das Making-of-Video zu Erinner Dich für euch. Ich hoffe wir sehen uns dann wieder hier bei Fersengold TV. Macht euch bis dahin eine schöne Zeit und liebe Grüße aus Bremen. Bis dann, tschüss.